Heute Five Nights at Freddy The Beginnings Eigentlich wollte ich ein anderes Spiel spielen, was jemand vorgeschlagen hat in den Kommentaren Falls ihr ein Spiel habt, das ihr euch nicht traut oder irgendwie irgendetwas Five Nights at Freddy, dann schreibt es unten in den Kommentaren Ich versuche es mir herunterzuladen, zu kaufen, irgendetwas Und ähm, wir starten in der ersten Nacht Wie hieß das nochmal? Irgendetwas mit Charles oder so Keine Ahnung, den Kommentar suche ich jetzt gleich nach dem Spiel noch Ich hab keine Ahnung, wo das ist Aber er hat mir geschrieben, dass ich ein Spiel spielen soll Und das konnte ich nicht herunterladen Und oh mein Gott, sieht das geil aus Ich mach mal weg Obwohl, eigentlich ist das dumm Ah, okay Mal gucken, wir haben die Wizard Animatronics in gut Also nochmal zurück, ähm, er hat gesagt, ich soll ein Spiel spielen Das konnte ich nicht herunterladen Dann habe ich etwas anderes probiert und das ging Ich weiß auch nicht wieso Ein Endo Die Wizard Animatronics in repariert Und die, ähm Spring Bonnie und Fredbear Ich weiß nicht, wie Was, wie nennt man Und Ist das Rockstar Foxy? Sieht irgendwie wie Rockstar Foxy aus Wegen der Nase, seht ihr Mit Leontaste kann ich kein Licht machen Ich weiß nicht, wie heißen sie? Die Orgolines? Die Originalen? Ich kann Ich kann kein Licht machen Mit P Mit L M Mit F Auch nicht Also das ist Wollte nur gucken Hier können wir Lichter und Zumachen Wie, ähm, Nummer 1 Das ist glaube ich Nummer 1 und Nummer 2 Zusammengemischt Plus Mit Spring Bonnie und Fredbear Wenn ich jetzt schätzen müsste Und das Endo Also haben wir 5 7 Gegner Wenn Endo auch noch aktiv wird Kann ich das ausmachen? Nö Sondern ich gehe da nur runter Also die erste Nacht wird es ganz chillig Ganz langweilig Ich glaube Es kommen nur Entweder Ich dachte schon Chica ist weg Dann machen wir ein paar Witze Ähm, was für Witze kann ich reißen hier? So richtig dumme So richtig übelst dumme Okay, ich halte den Maul Okay, ich bin ja schon leise Das ist auch Golden Freddy Und das ist Keine Ahnung, ob das Golden Freddy ist 70% noch Alles Ich dachte schon, dass er einen Schritt gemacht Da hat jemand Dum 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 Gemacht Let's eat, let's rock Das kennen wir ja schon It's party time Welk Irgendwann hat sich bewegt Bonny Bonny hat sich bewegt Da, da ist Bonny Okay, Bonny ist anscheinend der erste Der angreifen wird Ähm, ich glaube hier kommt Fredbear Hier kommt Spring Bonny Und ähm, aus der Mitte kommen die Willard reparierten Willard Animatronics Und Foxy Ich hab keine Maske oder so Wollte ich nur gesagt haben Nach links Ich will gucken, was das Endo macht Okay, es ist noch da Foxy ist auch noch ganz gechillt Ähm Entweder ich hab Glück Und bei dem reparierten Wizard Animatronics Muss ich hier runter Und ich hatte recht Oder ich hab jetzt alles Komplett am Schwachsinn geredet Und ich sterbe innerhalb von 20 Sekunden Ähm Hä? Connection lost? Okay Warum ging ein Hühnchen? Chica ist instant vorne Warum ging ein Oh, warte, warte Warum ging ein Hühnchen Ähm Über die Straße? Um den Nightguard zu bekommen Okay, der war scheinlich Der war schlecht Ich darf keine Beleidigungen sagen Sonst wird das Video Ähm Nicht für 12-Jährige Oder 6-Jährige Keine Ahnung Irgendwie 5-Klässler übelst Die Machos Wer kennt's nicht Also anscheinend muss ich nichts mit WASD machen Also das ist komplett mit der Maus Ich kann auch hier Keine Ahnung, was ich machen kann Mit Mit der linken Hand Ich beobachte mal Lieber Ähm Withered Chica repariert Keine Ahnung, wie ich sie nennen soll Sagen wir Ich nenne sie trotzdem Withered Und sowas Okay Ist es ein Deal Gut Muss ein bisschen Energie sparen Weil Mir schon bei der ersten Nacht Fast alles weg Wäre schon traurig Wenn ich verlieren würde Weil die Energieanzeige Alles Jemand hat sich bewegt Und das ist Bonnie Äh Withered Bonnie Sonst hat sich niemand bewegt Glaube ich Wenn beide angreifen Ähm Warte Müsste nicht irgendwo Puppet sein Ich bin so tot, oder? Nein Withered Chica geht in den Schacht Ah Also da Das ist ja Das ist ja Interessant Was machen dann die anderen Also ich kann hier die Türen stießen Deswegen Ich frage nur für einen Freund Namens Try Ich frage für ihn Meine Frage steht immer noch Ähm Wird es mal sechs? Äh Bonnie Ja Sie konnten nicht mal angreifen So gut bin ich Sie hatten einfach Angst Und Chica Du konntest nicht mal auf die Straße gehen Weil Hühnchenachig Ich bin einfach leise Nein Nein Wir sehen uns Können wir Kann ich noch zum Hauptmenü Willkommen zu der Schönebüß Es ist mir Bonnie So, da sind wir auch wieder Ähm, wir machen nächstes Mal bei Nacht 2 weiter Ich bin eigentlich schon aufgeregt Also, dieses Spiel macht Bock Es macht wirklich Bock Dann habe ich zumindest einfach wieder was neues Content Also, ich hoffe, euch hat es gefallen Lasst ein Like und ein Abo da Um kein Video mehr zu verpassen Und mir zu zeigen, dass ihr das mögt Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video Und bis dahin Ciao